So, nächste Folge nach dem Kerrigan-Spiel kommt jetzt in den Quick-Matches ein Tank als erstes dran. Letzte Woche habe ich ja, ich weiß gar nicht, welchen Tank ich gespielt habe, aber da muss ich mal eben nochmal gucken. Welchen Tank habe ich denn gespielt? Ich habe, glaube ich... Muradin habe ich gespielt, genau. Muradin? Ne, Muradin habe ich nicht gespielt. Ich habe Anubarak gespielt als Tank, glaube ich. Genau, ich habe Anubarak gespielt. Leider hat keiner gevotet, welchen Krieger ich als nächstes spielen soll. Deshalb werde ich mir selbst einen aussuchen. An der Stelle sei nochmal angemerkt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr oben rechts im Video, seht ihr die Anmerkung, die werde ich jetzt auch immer gleich am Anfang setzen. Das heißt, dass ihr sofort Bescheid wisst, ha, okay, ich kann da wooten, wooten für die nächsten Tank-Helden. Schaut da mal bitte rein und hinterlasst einfach mal eine Stimme. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Das macht es für mich ein bisschen einfacher zu schauen, was ihr sehen wollt. Und ich entscheide mich jetzt einfach für einen Tank, wenn keiner gebootet wurde. Ich glaube, ich könnte mal Johanna spielen. Ich stehe mich kurz vor dem Level ab. Ich brauche einen StarCraft-Helden. Die Hacker. Ehrlich gesagt, jetzt gar keine Lust drauf. Sonja war auch mal wieder einer, den ich... Oder Leo Rick will ich... Ich spiele jetzt erstmal wieder Johanna. Die Johanna. Und ja, wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr abstimmt. Ihr habt immer Zeit bis Samstag. Samstag werde ich mir das immer anschauen. Samstag schaue ich mir immer an, wie so die Stimmen sind. Und bis dahin sollte meiner Meinung nach auch der... Also Samstag sind immer die... Samstag sind auf jeden Fall immer, solltet ihr bis dahin abgestimmt haben, in dem Fall jetzt Tank und Heal. Also die ersten beiden der jeweiligen Kategorie-Gruppe. Das ist in dem Zusammenhang jetzt der Tank und der Assassine. Und der Supporter und der Spezialist. Die kommen ein bisschen später. Die nehme ich immer erst am späteren Wochenende auf. Also spätestens am Freitag sollten da die Votes durch sein. Aber egal. Wenn ihr votet, dann votet. Ich werde das auf jeden Fall, wenn ich dann aufnehme, mit einfließen lassen. Und auch wenn nur einer votet, ist mir egal. Dann kann ich wenigstens diesen einen Menschen glücklich machen. Das ist ja auch schon viel wert. So, wir spielen wieder mit demselben. Der Nova-Typ, der war nämlich gerade Gaslo. Und ich spiele jetzt Johanna. Wir haben leider keinen Heiler. Ist aber nicht so wild. Also an dieser Stelle wieder an alle, die jetzt vielleicht schon abgeschaltet haben. Oder erst dazugekommen sind. Und rechts oben könnt ihr voten. Votet dafür, welchen Tank oder welchen Kriegerhelden ich nächste Woche spielen soll. Ich stelle da immer 5 Helden zur Auswahl. Das rotiert immer jede Woche. Das sind meistens die 5 Helden, die ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Oder die, ja, auf die ich vielleicht eventuell Lust habe. Aber die Entscheidung liegt halt ganz bei euch. Nur damit ihr dann nochmal Bescheid wisst. So, worauf spiele ich denn? Haben wir denn... Ja, wir haben eigentlich genug. Aber ich glaube, ich werde mal auf Bauernopfer spielen. Aww. Ja. Ah, der Grigardt. Ein bisschen bitter, dass Tracer hier ist. Die ist ja ein bisschen genervt worden. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Mal gucken, ob es für Johanna auf Stufe 8 reicht. Dann kommen wir hier runter zu euch beiden. Oh. Oh. Oh, hatte er Glück. Ah, jetzt bin ich vertort. Ah, ist leck, ist leck, ist leck, ist leck. Ah, jetzt haben wir ihn nicht. Schade, schon einmal gestorben, Tracer wird halt echt bitter, aber jetzt haben wir sie mal erwischt wieder, zum zweiten Mal schon. Nicht so greedy. Nicht so greedy. Ah, zwei Stücke da bekommen. Nice Combo. Was macht er denn da? Tschüss. Okay. Für eure Gegner ist ein ungeheuer herangewachsen Helm. Okay er ist tot. So was nehme ich denn? Dann Bewegungsgeschwindigkeit. Ich glaube ich spiele das was ich sonst auch immer spiele. Ah der ist tot. So. 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 Ich glaube, er ist ganz gut, weil er dann nichts mehr tun kann. So, ich glaube, ich werde auf das Schild spielen. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die Nacht bricht erneut. Ich helfe ihn mal kurz. 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 haha, hat ja Glück gehabt sonst hätte ich ihn noch erwischt ok, dann bin ich noch erwischt die Nacht ist alles warm, ich liebe den Anblick meines fachendsten Mordes wo steht er genau drin? ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ja schon Tracer, holt sich das, glaube ich, da an der Seite noch Weg, lass ihn laufen, den Sack Na, jetzt muss man auf Hammer ein bisschen aufpassen Oh nein! Ha 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 So, ich geh jetzt trotzdem mal noch zurück Ja, läuft ganz gut Nur einmal bisher gestorben mit Johanna Auch wenn ich weniger Schaden kassiert habe oder gedefft habe Trotzdem bin ich eigentlich ganz zufrieden bisher Läuft einigermaßen mit muskinische Team echt gut im Griff Jetzt leider schon zweimal mein Schild verkackt Da muss ich noch üben, ein wenig geduldiger zu sein Ja 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 gray Ja 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 Jangan Mavu mit Die Eindrucken, hauen wir einfach weiter drauf Ihr habt eure Aufgabe gemeistert Ja, ordentlich Gold abgestopelt und Johanna ist sogar an 8 geworden Ich guck mal, welche Quests hab ich denn da abgeschlossen Okay, ein Spiel muss ich ja absolvieren Die Siege abgeschlossen Ja, guck mal rein, ich bin echt zufrieden mit mir Mehr Damage als Batsch gemacht Aber da hat's ja auch echt nicht einfach gehabt Gegen das Team mit Tracer und Nova Aber trotzdem, war nette Spielchen Wir hatten ja echt vollkommen im Griff Und ich bin zufrieden Bin zufrieden mit dem Johanna Spiel War okay Ja, das war der Tank diese Woche Beziehungsweise der Krieger Ihr könnt, wie gesagt, rechts oben abstimmen Wenn ihr das noch nicht getan habt Dann tut das bitte Damit ich weiß Oder zumindest sehe, was ihr gerne von mir sehen möchtet Entweder falle ich mit dem Helden richtig auf die Fresse Oder ich meister ihn Wie auch immer Würde mich freuen, wenn ihr abstimmen wollt Soviel nochmal an dieser Stelle Und jetzt hatte ich dann noch die Klappe Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder Ciao! Ciao!